Auch hier sehe ich es ganz anders. Eine Kerze brennt immer an zwei Enden. Ich bin der Meinung, dass man auch die Oberschicht ... Was heißt das? Ich bin auch der Meinung ... Ich weiß es nicht. Moment, 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 Moment. Stopp, 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 stopp. Eine Kerze brennt immer an zwei Enden? Immer an zwei Enden. Homöopathische Ohrenkerzen. Das ist doch totaler Quatsch, oder? Nein, das ist nicht totaler Quatsch. Das ist mega Quatsch. Kannst du bitte Zehnhunderter in das Phrasenschwein schmeißen?